Viktoria Swarovski, 29, schwebt wieder im siebten Himmel. Erst ist im vergangenen Februar wurde bekannt gegeben, dass ihr Ehemann Werner Mürz und sie sich scheiden lassen. Die Let's Dance-Moderatorin und der 17 Jahre ältere Immobilienunternehmer hatten erst 2017 in einer pompösen Zeremonie geheiratet. Doch das Eheaus scheint sie jetzt schon überwunden zu haben. Im Netz präsentiert Viktoria den Fans nun ihren neuen Freund. Auf Instagram postet sie ein Foto, auf dem sie und ihr neuer Partner von hinten zu sehen sind. Auf einem Stein sitzend blicken sie über eine schöne Landschaft, während Viktoria sich an ihren Liebsten kuschelt. Das Liebes-Outing garniert sie mit zahlreichen Herzen und einem pfiffigen Oster-Wortspiel. Nobody compares to you, zu Deutsch etwa, kein Hase ist mit dir vergleichbar. Scheint, als sei die Sängerin nun mit dem Richtigen an ihrer Seite wieder richtig glücklich. Doch nicht nur Viktoria ist total happy, auch ihre Promi-Kollegen zeigen sich in den Kommentaren ganz begeistert von dem Post. Freue mich so für dich, schwärmt beispielsweise Liz Keber, 30. Auch Jessica Haller, 32, Massimo Sinato, 42, Mozi Mabuse, 41, oder Kaywon, 38, hinterlassen zahlreiche Herz-Emojis. Schuss, Baksa, 49, hinterlassen, 20, tow haben Marie-Dios, 3, 0,0,5km Hink. Dann gab es sich nicht in die Plage. Im Plage in der Mitte der Mitte der Mitte der Mitte des KGB-Fan. 2,0,5km Hink. 2,0,6km Hink. 4,10, 2,0,5km. 5,6km Hink. 3,6km hink.